Hallo meine Lieben, ich teste gerade die Moira Platten und den Stamping Lackkleber für die Transferfolien und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt schalte ich euch mal mit ein und dass ihr euch das mal angucken könnt. Ich habe gemerkt, ich habe schon verschiedene Varianten probiert und es klappt wirklich nur am besten halt mit diesen Transferfolien, wo halt so ganz drauf ist und nicht diese Muster, weil dadurch, dass ihr halt dieses Muster drauf habt, dann könnt ihr dann noch den Kleber sehen, weil ihr das einfach nicht überdeckt. Wie gesagt, ich habe einige Transferfolien ausprobiert. Ich habe halt überwiegend nur diese Muster, von daher müsste ich mir noch solche Folien auf jeden Fall bestellen, aber es geht wirklich super einfach, hätte ich nicht gedacht. Das geht wirklich ratzfatz. Ich habe hier die Platte Organics, da werde ich euch das jetzt mal eben schnell zeigen. Und wie gesagt, das geht ganz, 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 ganz einfach. Ich schüttel meistens immer die Flasche, egal ob es ein Stamping Lack ist, ob es ein Transferfolienkleber ist, das mache ich immer so. Ich nehme jetzt entweder die oder die. Das ist ja eigentlich jetzt wurscht. Nehmen wir erstmal die hier unten. Das reicht. Ganz normal abziehen. So, jetzt drauf. Und jetzt mache ich das mal direkt drauf. Also, was mir schon aufgefallen ist, ihr müsst schnell arbeiten. Ich weiß ja nicht, ob es einen von euch so geht, der die schon hat. Aber ich finde, man muss da wirklich sehr schnell arbeiten. Und wie ihr sehen könnt, ich hole euch mal ein bisschen näher. Also, ist schon nicht verkehrt. Ist schon nicht schlecht. Und gerade für mich, der ja wirklich ein Gruppmotoriker ist, was das Malen einfach angeht. Entschuldigung, das ist aber so. Die meisten wissen das ja, dass ich wirklich überhaupt nicht malen kann. Ist das für mich natürlich wieder doch ein Highlight. Also, das spreche ich jetzt halt für mich. Jetzt mache ich mir eben meinen Jelly Stammer sauber. Und dann geht es auch weiter. Jetzt zeige ich euch das nochmal in anderen Tipp mit meiner anderen Folie. Dann nehmen wir mal Ich nehme mal direkt hier oben. Und jetzt nehme ich hier die Platte. Wie ihr seht, habe ich das halt schon ausprobiert. Also, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und stempeln tue ich eh sehr gerne und mit Transferfolie arbeiten. Das mache ich wirklich super gerne. So. Drauf sitzen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gefällt mir richtig gut. Finde ich richtig schön. Und diese Organics Platte, also die ist richtig. Also daran habe ich mich auf jeden Fall nicht verkauft. Und guckt euch mal wirklich die feinen Linien an. Da sieht man wirklich alles. Also finde ich richtig toll. Richtig klasse. Ja. Das war es auch eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht sagt ihr euch, jetzt wollen wir das auch mal ausprobieren. Wie gesagt, ihr habt es gesehen. Das ist wirklich total einfach. Also, das kann wirklich jeder. Ja. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bye.